Herr Rahmers, ich habe gehört, der Leo ist der Hit auf der Logimat. Stimmt das? Kann man das so sagen? Der Leo ist zumindest der Hit auf dem Bito-Stand, nicht auf der Logimat, das möchte ich nicht behaupten. Aber auf dem Bito-Stand hat er jede Menge Aufmerksamkeit erzeugt und wir haben auch jede Menge gute, inhaltlich attraktive Gespräche geführt. Was heißt jetzt Aufmerksamkeit? Was waren denn so die Dinge, die Punkte, die die Aufmerksamkeit erregt haben beim Leo? Beim Leo hat vor allem die Einfachheit des Systems. Die Einfachheit in der Inbetriebnahme, in der Bedienung überzeugt, aber auch der Preis vom Gesamtsystem. Gut, Einfachheit ist jetzt so ein Buzzword heutzutage. Was heißt denn Einfachheit? Ich meine, es ist ja schon auch ein komplexes System. Man wird es ja sicherlich nicht selber zusammenbauen können, oder? Ja, doch gerade. Man bekommt die Komponenten geliefert, kann das ganze System selbst zusammenbauen. Man kann es in Zukunft auch einfach verändern und ist damit ungemein flexibel. Okay, das klingt wirklich einfach. 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 Vielen Dank.